Jules Verne 20.000 Meilen unterm Meer Erster Band 18. Kapitel 4.000 Meilen unterm stillen Ozean Am folgenden Morgen, den 18. November, hatte ich mich von meinen Strapazen völlig erholt, und ich begab mich auf die Plattform, als eben der Leutnant seine tägliche Phrase sprach. Ich dachte mir damals, sie gebe die Beschaffenheit des Meeres an, oder vielmehr sie bedeute, wir haben nichts in Sicht. Und wirklich, der Ozean war leer. Nicht ein Segel am Horizont. Die Spitzen der Insel Crespo waren während der Nacht verschwunden. Das Meer verschlang die Farben des Prisma mit Ausnahme der blauen Strahlen, warf deren Widerschein in alle Richtungen und nahm eine wunderbar schöne Indigo-Farbe an. Ich bewunderte das prachtvolle Aussehen des Ozeans, als der Kapitän Nemo erschien. Er schien meiner Anwesenheit nicht zu bemerken und begann eine Reihe von astronomischen Beobachtungen. Als er damit fertig war, stützte er sich mit dem Ellenbogen auf das Gehäuse des Leuchtfeuers, und seine Blicke schweiften über den Meeresspiegel. Inzwischen waren etwa zwanzig Matrosen des Nautilus, lauter kräftige und rüstige Leute, auf die Plattform heraufgekommen. Sie hatten soeben die Fischergarne, welche die Nacht über ausgeworfen waren, hereingezogen. Die Seeleute gehörten augenscheinlich verschiedenen Nationen an, obwohl der europäische Charakter bei allen ausgedrückt war. Ich erkannte, wirrte ich nicht, Irländer, Franzosen, einige Slaven, einen Griechen und einen Kandioten. Übrigens waren diese Leute wortkarg und bedienten sich untereinander, der seltsamen Sprache über deren Ursprung ich nicht einmal eine Vermutung haben konnte. Ich mußte also verzichten, sie zu fragen. Die Garne wurden an Bord gezogen. Es waren eine Art Senknetze, weite Taschen, die mittels einer schwimmenden Stange und eingestrickten Schnur offen gehalten und auf dem Meeresgrund fortgezogen den Boden kehrten und alle Erzeugnisse mit sich fortzogen. Damals förderten sie merkwürdige Musterexemplare jener fischreichen Gegenden zutage, auch einige größere wie Skomber und Thunfische und eine solche Menge, dass man den Fang auf tausend Pfund schätzen konnte. Ein trefflicher Fang fürwahr, sodass wir an köstlicher Nahrung keinen Mangel hatten. Und solche Fischzüge waren bei der Schnelligkeit des Nautilus und der anlockenden Kraft des elektrischen Lichtes täglich zu wiederholen. Diese verschiedenen Meeresprodukte wurden unverzuglich durch die Luke in die Vorratskammern hinabgelassen, um teils frisch verspeist, teils aufbewahrt zu werden. Als der Fischfang beendigt, die Luftvorräte erneuert waren, dachte ich, der Nautilus werde nun seine unterseeische Fahrt fortsetzen, und ich war im Begriff, mich wieder in mein Zimmer zu begeben, als sich der Kapitän Nemo ohne weiteres, ohne guten Morgen, guten Abend, sich zu mir wendete und sprach. »Sehen Sie diesen Ozean, Herr Professor, wie er mit wirklichem Leben begabt ist. Er schläft mit uns ein, die Sonne weckt ihn mit Liebkosungen wieder auf, und er gewinnt durch Sie neues Leben jeden Tag. Es ist ein interessantes Studium, das Spiele seines Organismus zu verfolgen.« Offenbar erwartete der Kapitän Nemo keine Antwort von mir. Er sprach vielmehr mit sich selbst, er dachte laut. »Ja«, sagte er, »es findet im Ozean eine wahre Zirkulation statt, und um Sie hervorzubringen, hat der Schöpfer ihm vielfach mehr Wärmestoff, Salz und die kleinen Tierchen gegeben. Der Wärmestoff bringt verschiedene Dichtheit hervor, welche die Ströme und Gegenströmungen verursacht. Die Ausdünstung in den Nordpolgegenden gleich Null, in den heißen Zonen sehr tätig, ist der Grund einer fortdauernden Wechselströmung der tropischen und polaren Gewässer. Ferner habe ich das Geheimnis der Strömungen von oben nach unten und von unten nach oben wahrgenommen, welche ein wahres Atmen des Ozeans bildet. Ich habe bemerkt, wie das Elementarteilchen des Meerwassers an der Oberfläche erwärmt wieder in die Tiefe sinkt, bei zwei Grad unter Null seine größte Dichtheit erreicht, dann sich noch weiter abkühlt, wodurch es leichter wird und wieder aufwärts steigt. An den Polen sehen Sie die Folgen dieser Erscheinung und begreifen, weshalb nach diesem Gesetz der vorsorgenden Natur das Gefrieren nur an der Oberfläche des Wassers vorgehen kann. Hierauf betrachtete der Kapitän schweigend dieses so vollständig und so unablässig von ihm studierte Meer. Dann fuhr er fort, »Die Salze sind in beträchtlicher Menge im Wasser vorhanden, Herr Professor, und wenn man alles, was dasselbe in aufgelöstem Zustand von Salzen enthält, herauszöge, so würde man eine Masse von vier und einer halben Million Kubikliös bekommen, welche, auf die Erdoberfläche verbreitet, eine zehn Meter dicke Schicht bilden würde. Und glauben Sie nicht, dass diese Salze nur infolge einer Laune der Natur im Meer vorhanden seien? Nein, sie machen, daß das Meerwasser wieder leicht verdunstet und verhindern, daß die Winde demselben eine zu große Menge von Dünsten entziehen, welche, indem sie sich im Wasser auflösen, die gemäßigten Zonen in Überschwemmung versetzen würden. Diese bedeutende ausgleichende Rolle spielen die Salze bei dem allgemeinen wirtschaftlichen System des Erdballs. Der Kapitän brach hier ab, stand auf, ging einige Schritte auf der Plattform, kam dann wieder zu mir und fuhr fort. Was die Infusionstierchen betrifft, diese Milliarden von Geschöpfen, welche millionenweise in einen Tropfen existieren, von denen 800.000 ein Milligramm wiegen, so ist ihre Rolle nicht minder bedeutend. Sie verzehren die Meersalze, gesellen sich die festen Teile des Wassers zu, und indem sie die kalkartigen Bestandteile in Zusammenhang bringen, verfertigen sie Korallen und Matriporen. Wenn nun dem Wassertropfen seine mineralogische Nahrung entzogen ist, wird er dadurch leichter, steigt wieder zur Oberfläche auf, verschlingt da das durch Verdunstung aufgegebene Salz, wird dadurch schwer, sinkt wieder herab und führt den Tierchen neue Elemente zum Verzehren zu. Daraus entsteht eine doppelte Strömung, aufwärts und abwärts, stets Bewegung, stets Leben. Das Leben tritt im Ozean innerlich stärker auf, üppiger strömend, unbegrenzter nach allen Richtungen sich verbreitend. Der Ozean, sagte man, ist ein Todeselement für den Menschen, ein Lebenselement für Myriaden Tiere. Und für mich. Bei diesen Worten verklärte sich des Kapitäns Angesicht, was in mir eine außerordentliche Rührung hervorrief. Darauf, als wolle er nur einen schlimmen Gedanken verscheuchen, wendete er sich hastig zu mir und sprach, »Herr Aronax, wissen Sie, wie tief der Ozean ist?« »Ich weiß wenigstens, Kapitän, was die hauptsächlichen Sondierungen ergeben haben.« »Könnten Sie mir diese angeben, um sie nötigenfalls zu berichtigen?« »Ich will Ihnen einige mitteilen,« erwiderte ich, »die mir gerade einfallen.« »Irre ich nicht, so hat man eine mittlere Tiefe von 200 Meter im Norden des Atlantischen Meeres und von 2500 Meter im Mittelländischen angetroffen.« Die merkwürdigsten Sondierungen sind im Süden des Atlantischen, nächst im 35. Grad, vorgenommen worden, welche 12.000 Meter, 14.090 Meter und 15.149 Meter ergaben. Überhaupt genommen schätzt man, daß, wenn der Meeresgrund nivelliert wäre, seine mittlere Tiefe etwa sieben Kilometer betragen würde.« »Gut, Herr Professor,« erwiderte der Kapitän Nemo. »Wir wollen Ihnen, hoffe ich, mehr zeigen als dies. Was die durchschnittliche Tiefe in diesem Teil des stillen Meeres betrifft, so will ich Ihnen zeigen, daß sie nur 4000 Meter beträgt.« Nach diesen Worten ging der Kapitän Nemo zu der Luke hin und verschwand die Leiter hinab. Ich folgte ihm nach und begab mich in den großen Saal. Die Schraube fing alsbald ihre Tätigkeit an und das Lok zeigte eine Schnelligkeit von 20 Meilen in der Stunde. Während der folgenden Tage und Wochen war der Kapitän mit Besuchen sehr sparsam. Ich sah ihn nur in seltenen Zwischenräumen. Sein Leutnant machte regelmäßig die Aufnahme, welche ich dann auf der Karte eingetragen fand, so daß ich die Fahrt des Nautilus genau bestimmen konnte. Konzil und Land brachten viel Zeit bei mir zu. Konzil erzählte seinem Freunde die merkwürdigen Begebenheiten unseres Spazierganges und nun tat es dem Kanadier leid, daß er uns nicht begleitet hatte. Doch hoffte ich, es werde sich noch einmal Gelegenheit ergeben, die Wälder des Ozeans zu besuchen. Fast täglich öffneten sich einige Stunden lang die Läden des Salons und unsere Augen konnten sich nicht satt sehen an den Geheimnissen der unterseeschen Welt. Die allgemeine Richtung des Nautilus war südöstlich und erhielt sich in der Tiefe von 100 bis 150 Meter. Einmal jedoch, ich weiß nicht aus welcher Laune, kam er bis in die 2000 Meter tiefen Schichten. Das Thermometer zeigte eine Temperatur von 4,25 Grad des Hundertteiligen, welche Temperatur in dieser Tiefe unter allen Breitegraden gleich zu sein scheint. Am 26. November um 3 Uhr früh fuhr der Nautilus unter 172 Grad Länge über den Wendekreis des Krebses. Am 27. hatte er die Sandwich-Insel in Sicht, wo der Weltumsegler Cook am 14. Februar 1779 seinen Tod fand. Wir hatten damals seit unserer Abfahrt 4860 Meilen zurückgelegt. Als ich morgens früh auf die Plattform kam, bemerkte ich zwei Meilen unterm Wind Hawaii, die ansehnlichste von den sieben Inseln, welche diesen Archipel bilden. Ich erkannte deutlich ihren angebauten Küstenrand, die verschiedenen Bergketten, welche parallel mit der Küste laufen, und seine Vulkane, welche der Maunarea beherrscht, der 5000 Meter über den Meeresspiegel ragt. Die Richtung des Nautilus blieb fortwährend südöstlich. Er durchschnitt am 1. Dezember den Äquator unter 142 Grad Länge und am 4. des selben Monats, nach einer raschen Fahrt ohne Zwischenfall, bekamen wir die Gruppe der Marquesa-Inseln zu sehen. In einer Entfernung von drei Meilen unter 8 Grad 57 Minuten südlicher Breite und 139 Grad 32 Minuten westlicher Länge gewahrte ich die Spitze-Martin von Nukahiva, der Hauptinsel dieser Frankreich-gehörigen Gruppe. Ich sah nur die bewaldeten Berge, welche sich am Horizont abzeichneten, denn der Kapitän Nemo hatte nicht Lust, dem Lande näher zu kommen. Nachdem wir diese reizenden und am Schutz der französischen Flagge stehenden Inseln verlassen hatten, legte der Nautilus vom 4. bis 11. Dezember etwa 2000 Meilen zurück. Bei dieser Fahrt stießen wir auf eine ungeheure Menge Kalmar, merkwürdige Mollusken, welche den Tintenfischen nahe kommen. Der Nautilus traf in der Nacht vom 9. zum 10. Dezember auf dieses Mollusken her, man konnte ihrer Millionen zählen. Sie zogen aus den gemäßigten Strichen nach den wärmeren, indem sie dem Zuge der Heringe und Sardinen folgten. Wir betrachteten sie durch die dichten Glasfenster, wie sie äußerst schnell rückwärts schwammen, mittelst ihrer Bewegungsröhre sich fortbewegten, die Fische und Mollusken verfolgten, indem sie die kleinen Phrasen von den Großen gefressen wurden und in einem unbeschreiblichen Gewimmel die zehn Füße bewegten, welche ihnen die Natur auf den Kopf gesetzt hat. Der Nautilus fuhr, ungeachtet seiner Schnelligkeit, doch mehrere Stunden lang mitten durch diese Truppe und seine Garne fingen eine ungeheure Menge derselben. Man sieht, während dieser Fahrt ließ uns das Meer unablässig seine Merkwürdigkeiten reichlich schauen. In unendlicher Abwechslung. Die Szenen und Dekorationen änderten sich zu unserer Augenweide und wir waren dadurch imstande, nicht nur die Werke des Schöpfers mitten in ihrem Element zu betrachten, sondern auch in die gefürchtetsten Geheimnisse des Ozeans vorzudringen. Während des 11. Dezember war ich im großen Saal mit Lesen beschäftigt. Ned Land und Conceal betrachteten die erleuchteten Gewässer durch die Fenster bei geöffneten Läden. Der Nautilus war unbeweglich. Als seine Behälter gefüllt waren, hielt er sich in einer Tiefe von 1000 Meter, einer wenig bewohnten Region des Ozeans, wo die großen Fische selten erscheinen. Ich las eben ein reizendes Buch von Jean Marseille, als Conceal mich mit einem sonderbaren Ton unterbrach. »Herr, kommen Sie doch einen Augenblick«, sagte er. »Was gibt's da, Conceal?« »Schauen Sie doch, mein Herr.« Ich stand auf, setzte mich vor das Fenster und schaute. Umgeben vom elektrischen Licht schwebte eine große, schwärzliche Masse mitten im Gewässer. Ich betrachtete sie aufmerksam, bemüht, die Beschaffenheit dieses riesenhaften Tieres zu erkennen. Da fuhr ein Gedanke plötzlich mir durch den Kopf. »Ein Schiff?« rief ich aus. »Ja«, erwiderte der Kanadier, »ein redeloses Fahrzeug, das untergesunken ist.« Nedland irrte nicht. Wir hatten ein Schiff vor uns, dessen abgehauene Taue noch an ihren Ketten herabhingen. Sein Rumpf schien in gutem Zustand und der Schiffbruch mußte erst vor wenigen Stunden erfolgt sein. Drei Reststücke der zwei Fuß über dem Verdeck abgehauenen Masten zeigten, daß dies Schiff in seiner Not hatte seine Masten opfern müssen. Aber es hatte sich auf der Seite liegend gefüllt. Sein Verdeck zeigte den traurigen Anblick von vier Leichen, die im Bauwerk festgehalten noch da lagen. Ich zählte deren vier. Vier Männer, von welchen einer am Steuerruder aufrecht stand, sodann eine Frau, die halb aus der Luke des Hinterverdecks herausgekommen war, ein Kind in den Armen hielt. Es war eine junge Frau. Ich konnte bei der hellen Beleuchtung durch den Nautilus ihre noch nicht entstellten Züge erkennen. Mit äußerster Anstrengung hatte sie ihr Kind über dem Kopf gehoben. Die vier Matrosen sahen schrecklich aus, da sie mit krampfhaften Bewegungen von dem Tauwerk, das sie fesselte, sich loszumachen getrachtet hatten. Nur der Steuerer mit ernstem Gesicht ruhig das Steuerruder in der krampfhaften Hand schien noch seinen Dreimaster zu leiten. Stumm, mit klopfenden Herzen starrten wir den hier gleichsam fotografierten Schiffbruch an. Schon sah ich mit gierigen Blicken Haifische von Menschenfleisch herbeigelockt herankommen. Indessen fuhr der Nautilus um das gesunkene Schiff herum und ich konnte auf einem Schild lesen Florida Sunderland ein Vamos erst cl85 also durch Hier ,